Zum Beispiel dein Onkel betet nicht. Jetzt schaut mal eine Person, der zwar das Wissen hat, aber nicht die Weisheit. Er geht zu seinem Onkel und sagt, warum betest du nicht? Du kommst nicht an, mach, dass du betest. Wird er von ihm annehmen? Er hat hat gesprochen. Er hat die Wahrheit gesagt, aber hat er Weisheit gehabt? Antwort nein. Was ist Weisheit? Weisheit ist, oh Onkel, warum betest du nicht? Dann sagt er dir zum Beispiel, schau mal, ich weiß, dass ich beten muss, aber ich habe viele Sachen, die ich erledigen muss. Dann sagen wir ihm, stell dir vor, lieber Onkel, du bist kurz davor zu sterben. Was wird er dein Gedankensein sein vor dem Tod? Dass du weißt, dass du gegenüber Allah nachlässig bist oder dass du deine Sachen zu erledigen hast, die du in der Dunia immer erledigt hast. Er wird verstehen. Und so hat man mit Wissen und mit Weisheit gesprochen. Und man warnt ihn und warnt ihn und warnt ihn und sollte hier nicht müde werden. Schaut mal, Nuh, hat 950 Jahre die Leute gewarnt. Das ist keine kleine Zeit. Nein, das braucht einen langen Atem. Das braucht einen langen Atem. Was sagte Nuh, alayhi salatu wassalam? Jedes Mal, wenn ich sie aufgerufen habe, ja Allah, dann haben sie sich abgewendet. Was haben sie gemacht? Sie haben die Finger in die Ohren gestellt. Ja, dass sie gesagt haben, wir hören nichts, wir hören nichts, wir hören nichts. Subhanallah, schaut mal, er kommt als ein Warner, der das Paradies für sie möchte, nicht das Sonnenfeuer. Und sie tun so, als ob er nur da ist, um sie zu ärgern. Wir warnen unsere Verwandten. Aber was machen Leute falsch? Wir kommen zum Beispiel in die Wohnung von unserem Onkel herein. Dann sehen wir zum Beispiel, ein Bild von einem Lebewesen hängt an der Wand. Und an einer anderen Stelle gibt es ebenfalls etwas Schlechtes. Und wieder an einer Stelle gibt es wieder etwas Schlechtes. Und dann kommt die Cousine herein, die halb nackt ist und so weiter und so fort. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Dass wir einen Zettel nehmen und alles niederschreiben und dann sagen, innalhamdallillah, na'maluhu, na'sta'inuhu und dann halten wir ihnen eine ganze Rede. Nein, falsch. Kein Wissen, kein Weisheit. Das Wichtigste ist hier, dass wir unseren Onkel oder unserer Tante oder unseren nächsten Lieblingen von unseren Verwandten, möge Allah Azza wa Jal sie und uns recht leiten, dass wir ihnen sagen, was sie als erstes zu tun haben. Eine Frage. Warum soll der Onkel anfangen zu beten und er kennt nicht Allah? Warum soll der Onkel beten und er weiß nicht, dass Allah bereit ist, ihm im selben Moment zu vergeben, wenn dieser Onkel auch bei Allah Azza wa Jal bereut? Warum soll der Onkel beten, wenn er nicht weiß, wie hart die Strafe von Allah Azza wa Jal ist? Das alles ist fehlendes Wissen und sorgt dafür, dass der Onkel es weiter vernachlässigt oder diese Sache nicht so ernst nimmt. Und daher sollten wir aus Liebe zu unseren Verwandten immer sie dazu bringen, dass sie die Rechtsleitung annehmen. Schaut mal, der Gesandte Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, unser Liebling, er war in den letzten Minuten bei wem? Bei Abu Talib. Und bei Abu Talib, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, bei Abu Talib waren die Köpfe der Kuffar. Ich sage euch nicht nur die Kuffar, die Köpfe der Kuffar, wie Abu Jahil, Uqba und so weiter und so fort. Die waren da und sind gekommen, um ihn auf sein Jahannam zu befestigen. Aber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, er kam und sagte zu seinem Onkel, ein Wort, oh Onkel, mit einem Wort meinte er die Shahada, Kalima. Ein Wort. Wenn du es sprichst, dann kann ich bei Allah ein gutes Wort für dich einlegen, weil dann bist du als Muslim gestorben und ich kann etwas Gutes für dich tun. So haben dann Abu Jahil und seine Kumpanen zu Abu Talib gesagt, wendest du dich etwa ab von der Religion deines Großvaters, Abdul Muttallib, schat mal subhanallah, a'udhu billah, nach dem Motto, willst du ihn in Schande stürzen? Nicht, nimm doch die Wahrheit an und rette dich und folge deinem Neffen, der ein Prophet ist, sondern willst du dich von der Religion abwenden? Das sind Ashabus Suh. Das sind die üblen, schlechten Freunde, die dich nur in Jahannam hereinbringen. Deswegen, schau nochmal nach, wer deine Freunde sind, oh Diener Allahs. Leute, die dir zum Schluss sagen, sag la ilaha illallah oder Leute, die dir sagen, willst du dich von der falschen Religion, von deinem Großvater abwenden, dann sagte er Abu Talib, ana ala millati abdil mutalib. Ich bin auf der Religion von Abdul Muttallib und so ist er gestorben und ab diesem Zeitpunkt konnte er nichts mehr machen. Dann kam die Ayah herab von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Qasas, wo Allah azawajal sagt, Du kannst nicht den recht leiten, ja Mohammed, sallallahu alaihi wasalam, den du liebst. Er hat ja seinen Onkel geliebt. Du kannst ihn nicht recht leiten, das ist nur in der Hand von Allah azawajal, aber Allah leitet recht, wen er will. Und hier sehen wir, auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasalam ihn geliebt hat, zum Schluss, als der Onkel gestorben ist, hier hat sich die Verwandtschaftsbande von alleine aufgelöst. Als Abu Talib gestorben ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasalam zu seinem Sohn Ali bin Abi Talib, er sagte zu ihm, geh und beerdige, begrabe deinen irregehenden Vater. Schaut mal, subhanallah. Das ist der Bruch zwischen uns und den Leuten, die nicht die Wahrheit annehmen wollten. Mit dem Tod können wir nichts mehr für sie machen. Im Leben haben wir Dua für sie gemacht und Allah darum gebeten, dass sie rechtgeleitet werden, aber mit dem Tod können wir nichts mehr für sie machen, liebe Geschwister.